Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 2.4. 2019 um 6.27 Uhr. Ich werde langsam besser. Ich bin jetzt bei 6.30 Uhr. Gestern war ich, glaube ich, eine ganze Stunde später dran, oder? Auf jeden Fall bin ich heute um 5.30 Uhr wach geworden und bin auch 5.30 Uhr aufgestanden, mehr oder weniger. Und jetzt bin ich bereit für einen neuen Tag. Ich denke mal so, jetzt haben wir 6.27 Uhr, dass ich spätestens 7 Uhr im Büro bin. Ich werde heute mit dem Fahrrad fahren. Wetter wird die Woche richtig schön, frühlingshaft, 15, 16, 17 Grad. Und dementsprechend werde ich auf jeden Fall radeln. Ja, ansonsten, gestern Abend oder gestern Nachmittag haben wir ein bisschen gestreamt und gespielt. Ich habe jetzt ja das Affiliate-Programm aktiviert. Und dann kamen gestern Subs rein und Bits und ich bin völlig überfordert gewesen und bin es auch heute noch. Also es ist schon richtig abgefahren, was da gestern passiert ist. Und wir haben zweieinhalb Stunden House Flipper gespielt. Dann habe ich noch eine kleine Pause gemacht, habe noch zwei, drei Telefonate erledigt und bin dann zusammen mit dem Sparrow, teilweise auch mit dem Felix und dem Benny, ein bisschen durch Washington DC gelaufen. Und wir haben ein wenig Division 2 gespielt, bis irgendwie halb zehn oder so. Und dann war ich um zehn im Bett und heute früh gesagt um 5.30 Uhr wieder wach. So richtig fit bin ich nicht. Ich könnte durchaus noch zwei, drei Stunden schlafen, aber würde es aber machen. Alltag ist da. Damit man das Wochenende zu schätzen weiß, glaube ich zumindest. Ja, heute auf Arbeit habe ich ein Halbjahresgespräch mit Zielvereinbarung und so weiter und Einschätzung, glaube ich, durch den Arbeitgeber. Da bin ich mal gespannt. Und ansonsten steht heute nichts weiter an. Ich werde heute offstream wahrscheinlich spielen, aber streben erst morgen wieder. Und morgen machen wir dann wieder so einen wunderschönen Granatapfelschäl-Stream, wo ich dann zwei bis drei Granatäpfel hier liegen habe, die schäle und mich mit euch unterhalte. Total bekloppt, oder? Eine Neuerung gibt es auch noch, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Es gibt, wie soll man sagen, es gibt keine Multistreams mehr. Also bis März habe ich das ja so gemacht, dass ich immer zu YouTube und Twitch parallel rüber gestreamt habe. Das ist jetzt durch das Affiliate nicht mehr möglich. Das heißt, ich werde immer diese Spiele-Streams parallel hochladen nach dem, nicht parallel, sondern nach dem Stream. Das habe ich gestern Abend nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Werde ich jetzt gleich mal tun, damit das seine Ordnung hat und meine Gaming-Stream oder Gaming-Videos dann auch immer noch Bestand haben. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Ich gucke nochmal schnell im Epic-Store von Fortnite, also im Fortnite-Store vorbei, im Item-Shop, was es da so gibt. Und dann schwinge ich mich auch schon aufs Rad. Also, wir sehen uns morgen früh und wenn ihr mögt, auch gerne morgen Nachmittag beim Granatapfel schälen. Also, bis dann. Tschüss.